moin moin und herzlich willkommen zurück zu dark wolf let's play mit brutal legend wir haben in dem letzten teil ein wenig den sumpf erkundet und unsicher gemacht haben die komischen sumpfmonster mit unserem feuerspeine was soll denn der quatsch alter falter was geht denn hier ab hilfe geht ja mal gar nicht wo kommt ihr denn plötzlich her da will man hier anmoderieren und dann wird man gleich angegriffen kann man das auch und meine jungs unterstützt mich nicht mehr hier schweine warum kann ich nicht anvisieren das gibt es doch nicht ich will den anvisieren ich könnte mich anvisieren noch einer ich bin gleich tot ich bin tot ich bin tot was geht denn hier ab ja auf jeden fall willkommen zurück zum let's play und überhaupt und aha hilfe mein gott ein netter start auf jeden fall wollte ich noch sagen so metal monster und feuerspucken und sumpfbereinigt und überhaupt ja egal jetzt sind wir hier und ja weiß auch nicht genau was wir machen sollen auf jeden fall sprechen wir mal mit ehe bevor wir wieder angegriffen werden geht aber gar nicht greifen wir uns das eis jetzt ja hier rocken die trockeneis minen aber sicher dass meine einzige sorge ist dass wir hier nicht allein sind ja haben wir festgestellt was ist mit dir passiert willst du das wirklich wissen oh keine sorge dieser song verletzt nur mich oh ha 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 oh oh See ya! Mach das nicht! Geh da nicht rein! Nein! Mir hat er vorher besser gefallen. Okay, sexy, aber... Eddy! Eddy! Was ist mit dir passiert? Oh oh! Oh oh! Hört sich nicht gut an! Oh oh! Okay! Das ist wohl nicht unsere Bühne! Aber zackig! Eieieiei! Na gut, das scheint sich wieder einen Plägerkampf zu geben hier. Und wo aus greifen sie an, Mangus? Eddy, ich kann in diesem Nebel nicht sehen! Aber ich glaube, dass wir alle sterben werden! Toll, danke! Können wir schon was rekrutieren hier? Wo sind die jetzt länger? Sonst sind die Jungs, Mädels! Wo seid ihr? Oh Gott, was kommt da denn? Also wo ist die Ex? Die gehören schon uns her, ne? Ja, die gehören schon uns her! Ja, die gehören schon uns her! Nicht einmal, wie man richtig kämpft! Na super! Verdammt! Wo müssen wir hin? Okay, stört mal die Körpermeuler zu und die Lauscher auf! Nehmen uns! Wieso geht denn jetzt alle? Ich sollte doch nur... Ach, scheiße! Ich wollte euch eigentlich aufteilen! Hätt dir die Stange! Okay, wir bauen das mal die Bühne aus! Können wir auffliegen? Ja, wir können fliegen! Ja, sagt das doch einer! Aber das scheint hier verdammt groß zu sein! Okay... Ja, 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 ich hab Angst! Ich hab Angst! Okay... Richtig! Jetzt kommen wir ein paar Fenster zu! Wo müssen wir hin? Äh, ist das alles? Wo müssen wir hin? Ich weiß ja nicht so genau, was ist das hier? Müssen wir da hin? Wo sollten wir? Ey, ihr solltet mitkommen! Wo seid ihr denn jetzt? Hä? Bin ich jetzt blöde? Bin ich dann hier vorbeigeflogen? Auch da seid ihr! Jungs, Jungs, Jungs! Stand erledigen! Aber zackig! Schädelspalter ist auch nicht verkehrt! Ah, los mitkommen! Mach das mal fix! Shit, 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 shit! Wir werden angegriffen! Eddie, ich glaube, ich sehe da was! Ja, ich glaube auch, dass wir da was sehen! Nein, das ist echt! Da sind sie! Okay, jetzt ist egal, jetzt sind wir erstmal hier an dem Stand! Das heißt, wir machen den Stand jetzt erstmal platt! Wir versuchen zumindest! Boah, der ist hier einfach böse mal so! Komm, mach's kaputt! Na, hopp! Wir brauchen jetzt mal ein paar Firebaronen! Dauert aber lange her! Ja, endlich! Kriegen wir noch direkt? Ne, kriegen wir nicht! Ja, endlich! Warum nicht? Ach, weil da welche sind! Ne, nix sammeln! Arschtritte für alle! Ganz genau! So, der gehört uns! Aber! Wenn ich richtig sehe, werden wir da hinten angegriffen! Das ist krise kacke! Was kommt denn da? Das ist nix von uns! Oh, shit, 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 shit! Doch, das ist noch unser! So, ich dachte, der wäre weg! Okay! Da ist auch nichts mehr! Das heißt, ihr habt sie verteidigt hier! Gut, Jungs, gut! Komm mit! Irgendwo werden wir hier angegriffen! Da! Ich glaube, wir holen uns erstmal hier den Tour mir noch! Stand erledigen! Verlust, Verräterin! Lita, du wirkst so verbittert! Warum kommst du nicht zu mir und nimmst ein entspannendes Bad? Wir sind nicht gebadet! Vorbei! Hm! Vielleicht gar nicht mal so schlecht, wa? Was ist mit her? Nein, aber keine Zeit für solche Gedanken! Wir müssen kämpfen! Wir müssen versuchen, diese Türme einzunehmen! Unsere zu verteidigen! Die Bühne zu stürmen! Aber das ist viel zu viel! Was macht ihr hinten? Was ist der Stand wird angegriffen? Ja, ja! Ist schick! Welcher? Der hier? Ne, das sind unsere! Welcher Stand wird angegriffen? Der hier hinten? Ich glaub, ne? Ja! Der hier hinten? Ja! Warte! Ist das jetzt unser oder was? Ne! Leute, wo seid ihr alle? Oh scheiße! Jungs, wo seid ihr? Hab ich sie denn nicht gerade alle hingeschickt? Ja! Special Move! Ja! Klasse! Meine Jungs und Mädels in Ruhe! Kriegen wir noch nicht! Hier! Außer noch eine Tante! Wir müssen weg! Kriegen wir auch noch! Weg damit! Ich muss mal ganz dringend neue Leute holen hier! Ganz dringend erstmal aufbauen! Was können wir uns erst leisten, wenn wir mehr Fans haben? Wach 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 wach! Oh shit! Shit 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 shit! Leg sie weg hier! Aua! Ich glaub, der hat mich aufgerieben! Wir holen uns erstmal hier den Stand zurück! Alles wird schwarz! Jungs, wo seid ihr? Schützt unsere Fans! Achso! Jaja, wir müssen jetzt erstmal wieder aufbauen hier! Das andere macht gerade keinen Sinn! Wach wach wach! Wo sind die restlichen? Kommt, kommt, kommt! Wir brauchen noch mehr! Rausschmeißen auch immer gut! Ja, ich weiß, dass wir angegriffen werden! Ja, verdammt eh! Das ist gar nicht mal so einfach hier! So, Jungs, da haben wir's da hin! Achso! Ich bin jetzt so weit weg von meinen Fans... äh, von meinen... ...angereifern! Genau! Geht zu unserem Stand! Keiner darf in der Nähe unseres Merchandises! Mach den! Okay! Gehen wir mal noch! Mist! Verdammt! Wir haben den Stand verloren! Ja, das ist aber auch... Nicht ganz so leicht! Dazu muss noch hier so ein Donnervogel! Das ist auch nicht verkehrt! Jungs und Mädels, macht hin! Okay, nehmen wir auch noch mit! Okay, ihr bleibt mal als Nachgut da hinten, ihr beiden! Könnt man hier mal irgendwie angreifen und verteidigen und so ein Kram, ne? Dann müssen wir nicht alles selber machen! Dann versuchen wir die mal umzuhauen! Dann machen wir's halt alleine! Kombo! Yippie! Kralom! Komm! 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 Das ist jetzt irgendwie relativ schwer! Ja, genau! Noch einer! Verdammt doch mal! Warum fällt ein Junge? Na gut, egal! Den kriegen wir jetzt auch noch immer mal noch fertig! Nun, fall doch um! Okay, es fühlt zu viel aus, deswegen! Was macht ihr? Ihr... Ist das jetzt unser Stand hier? Auch nicht! Okay! Zurück zu unseren anderen hier! Wir müssen ganz dringend Nachschub holen! Jetzt, was ist das? Metal Monster! Metal Monster ist cool! Den nehmen wir auch! Mach diesen Kack Stand platt! Jupp! Die Nachhut! Gebt Gas! Und danach müssen wir die Bühne einnehmen, ey! Weil die holen ja auch, oder die bekommen ja auch dann immer wieder neue... Rekruten! Was so uncool ist! Ist auch noch ein Stand! Kann ich auch noch einnehmen! Vielleicht sollte man auch den als allererstes einnehmen, ne? So! Okay, Jungs! Wartet mal! Mach mal anders! So! Okay, markieren wir mal! Markiert ist er! Und jetzt gehen wir hier runter! Genau! Ihr geht jetzt! Ich will das nur ihr zum Licht vorrück! Klar! Richtig! Und ihr auch! So! Ab da hin und nehmt den Stand ein! Okay! Mehr können wir auch nicht machen! Schade! Gehen wir mal hier hin! Nehmt den Stand ein, ja? Nehmt den Stand ein! Vielleicht noch mehr Fans! Das wäre natürlich jetzt recht gut! Aua! Was gebrenzt du mir denn in den Arsch? Achso! Das ist der Stand selber! Na gut! Verdammt! Ich stehe da hinten, haben wir auch angegriffen! Nein! Kann ich nicht! Klar nicht! Braucht mich nicht beschützen! Ihr sollt den Stand einnehmen! Okay! Ihr macht den Stand! Ich muss mal ganz kurz zurück zu den anderen! Wie sieht es denn da aus? Wo sind sie denn? Okay! Dann können wir den Stand einnehmen! Das ist gut! Machen wir das, der Blatt! Wippee! Mit ein paar Fans! Das ist mehr! So! Eigentlich... Ich will weg! Röchte mir! Der ist auch unser! Ah! Wunderprächtig! Das scheint er jetzt zu laufen, hoffe ich mal! Ganz schnell einnehmen! Jawoll! Auch unser! Und neue Leute holen! So! Los! Geht ins Licht! Geht ins Licht! Aber bleibt nicht da! Okay! Ich hoffe wir kriegen das jetzt auch wirklich hin! Ah! Okay! Noch nicht genug Fans zusammen für neue Leute! Das ist unser! Das ist unser! Das ist unser! Ja! Ja! Ach, es ist ein Stand kaputt! Das habe ich heute mal gesagt! Gib doch mal ein bisschen Gas Jungs und Mädels! Wir haben nicht ewig Zeit hier! Aber das sieht ganz gut aus! So fand ich viele Gegner scheinen hier nicht mehr zu sein! Weil die Ziel soll keine Fans mehr haben gleich! Nichts mal Neues rekrutieren können! Yes! Und das! Dann nehmen wir den auch noch ein! Das sieht doch jetzt eigentlich nach einem richtig geilen Sieg aus, oder? Applaus für die Fans! Applaus für die Fans! Genau! Und jetzt! Achso! Brauchen wir die mal angreifen! Ja! Gewonnen! Juhu! Siehst du sie? Nein, sie ist weg! Aber ich sehe etwas Gefährliches! Und ich mag's! Hä? Ich glaube, unsere Show ist reif für eine zweite Bühne! Warte, eine zweite Bühne! Okay, wir haben was gewonnen! Eine Hand voll Nebel! Ja, wunderprächtig! Okay! Das war doch jetzt mal ein geiler Kampf! Also, hätte ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, direkt beim ersten Mal hier durchzukommen! Aber, gut! Es geschehen doch Zeichen und Wunder! Ja, lange genug hat der Kampf gedauert! Daher mache ich hier erstmal wieder einen Cut! Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen! Ich würde mich weiterhin über Kommentare freuen! Ich bedanke mich auch bei allen Abonnenten! Die immer wieder schön hier vorbeischauen! Und mir treu ergeben sind! Ich hoffe, es werden auch noch mehr! Weil es macht mir echt Spaß! Und ja, umso mehr gucken, umso mehr Spaß macht's! Logischerweise! Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal! Und gehabt euch wohl! Und dann, wir sehen uns nicht! Have to, bei den mann abonnenten, Wir sehen uns trotzdem an, wir sehen uns nicht! Aber im Än so auf jeden Falle! Dann, wir sehen uns mit den Abonnenten! Und dann, wir sehen uns nicht!